1 Live Domian Das 1 Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 220 50 50 Jo ihr Lieben, schön dass ihr da seid, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Heute ist alles so ein bisschen durcheinander bei uns, das WDR Fernsehen schaltet sich erst um halb zwei dazu, wegen der verlängerten Eishockey-Geschichte heute Abend Aber ich freue mich, dass ihr da seid, die Zuschauer von 1 Festival und die Zuhörer von 1 Live Wie immer freitags sind wir hier mit einer offenen Talk Radio Show, mit einer freien Themennacht Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig wurscht über was, meldet euch bei mir 0800 220 50 50 Oder mailt unter domian.wdr.de Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Caroline und Caroline ist 20 Jahre alt Hallo Caroline Hallo Domian Schön, dass du da bist Ja, das finde ich auch Also ich bin total dankbar, dass ich durchgekommen bin Das ist echt total das Wunder Ja Weil ich es das erste Mal versucht habe und direkt durchgekommen Wow Du hast ja eine Menge Glück dazu Das sage ich dir Ja, um was geht's Mein Thema ist wesentlich unerfreulicher Und zwar rufe ich dich wegen dem Thema an, was du gestern in deiner Sendung hattest Und das ist der Selbstmord Ja Und zwar hat mein Freund sich versucht am 11. September, also das war Montag, das Leben zu nehmen In diesem Jahr? Ja, vor ein paar Tagen Und Wie hat er das versucht? Er hat eine Überdosis Medikamente zu sich genommen Ja Also er ist schwer krank, also er hat solche Flecken auf der Lunge und hat deswegen so starke Medikamente, also in Form von Inhalatoren Und hat das extrem überdosiert, so sehr, dass er, also dass ein Freund von ihm ihn gefunden hat Und dass er sofort ins Krankenhaus eingewiesen wurde Wie lange lag er denn da schon, als der Freund ihn gefunden hatte? Weiß man das? Das weiß ich nicht, also ich glaube nicht lange, also eine halbe Stunde Also er hat es auch nicht, also er hat sich nicht irgendwie alleine verzogen Er ist auf eine Toilette von einem Freund gegangen und hat da halt wirklich sein Medikament rausgenommen Und hat das dann sozusagen in Anwesenheit von anderen gemacht Achso, das sagt ja schon viel aus, dass er sich nicht zurückgezogen hat in seine vier Wände und das in aller Stille gemacht hat So, er ist dann ins Krankenhaus gekommen und man hat ihm hoffentlich helfen können Das Problem an der Sache ist, dass er gesagt hat, also er hat es geleugnet Er hat nicht gesagt, dass er versucht hat sich umzubringen, sondern er meinte, dass er es aus Versehen überdosiert hätte Und das hatte dann zur Folge, dass er diese Nacht in diesem Krankenhaus noch lag Mich von dem Krankenhaus auch angerufen hat Also weil er sich das Handy von einer Krankenschwester genommen hatte Und hat mich dann total auf Medikamenten und er hatte an diesem Abend auch Heroin geraucht Hat er mich dann angerufen und Moment, er hat Heroin geraucht im Krankenhaus? Nee, davor Davor? Also er hat, davor ist er halt zu irgendjemanden gegangen, hat sich das besorgt Und hat sich danach diese Tabletten, also hat sich diesen Inhalator da mehrmals reingefessen Achso, also bevor er die Medikamente eingenommen hat, den Selbstmordversuch unternommen hatte Hat er auch noch Heroin zu sich genommen? Genau Wie geht es Ihnen heute? Ja, ihm geht es sehr schlecht Wo ist er? Ist er wieder zu Hause? Ja, er ist zu Hause Also das Problem ist, dass wir eine Fernbeziehung führen, also uns trennen 600 Kilometer Oh weia, das ist viel Ja, das ist sehr viel Und es ist halt Das Schlimme an der ganzen Sache ist, ist, dass er diesen Selbstmord versucht hat Weil ich ihm am Telefon gesagt habe, dass ich unglücklich bin Und er hat es sozusagen aus diesem Grund getan, weil ich also aus dem Grund getan Weil ich ihm gesagt habe, dass ich unglücklich bin Hat er dir das so erklärt, dass er das deshalb getan hat? Ja, also du musst Oder vermutest du das? Nein, er hat es gesagt Also er hat mir auch schon öfters damit gedroht, sich umzubringen, wenn ich ihn verlasse Oder das, also du musst verstehen, er hat eine sehr schlimme Kindheit hinter sich Und ich habe ihn aus diesem Elternhaus rausgezogen Also wir sind erst seit einem halben Jahr zusammen, muss ich dazu sagen Das auch noch, ein halbes Jahr erst Ja, ein halbes Jahr Sag mir mal noch, das ist für das Verständnis für mich wichtig, etwas zu seiner Krankheit Wie schwer ist er, ist er erkrankt? Meinst du mit den Lungen Also er war, bei ihm ist es so, dass er Blut hustet Und dass er daraufhin zum Arzt gegangen ist Und die Ärztin hat ihm gesagt Du hast drei Flecken auf deiner Lunge Man kann jetzt noch nicht genau sagen, ob es Krebs ist Deswegen werde ich dir jetzt erstmal diese Medikamente geben Und falls diese Medikamente nicht wirken, kann man darauf schließen, dass du Lungenkrebs hast So einfach getert? Also es hat sie so gesagt Also er hat es mir so erzählt Ich war beim Arztbesuch nicht dabei Wäre ich auch erstmal skeptisch Ob das nur so einfach zu diagnostizieren ist Naja, wie auch immer Er hat auf jeden Fall ein körperliches Problem Das könnte durchaus ein ernstes sein Mit der Lunge Und er scheint ein noch viel größeres, eventuell ein noch viel größeres seelisches Problem zu haben Ja, das hat er auch Hast du denn jetzt, ich meine, das ist ja für dich auch Hardcore sowas Ja, total Was hat das denn in dir ausgelöst? Nachdem du gehört hast, weil du gesagt hast, du bist unglücklich oder unzufrieden Macht er sowas Wie hast du dich denn da gefühlt? Doch wahrscheinlich total schuldig, oder? Ja, ich habe mich schuldig gefühlt Aber ich war total sauer auf ihn Das finde ich auch eine sehr gesunde Reaktion übrigens Ja, weil er Also du musst verstehen, ich war sechs Monate lang immer für ihn da Also ich habe Wirklich, also er war arbeitslos Er hat dann bei mir gewohnt Also bei mir und meiner Familie Und ich war immer für ihn da Ich habe ihn nie alleine gelassen Obwohl ihr 600 Kilometer auseinander wohnt? Wie geht das? Genau, er war immer bei mir Also er war arbeitslos und war dann halt immer bei mir Hatte halt nichts zu tun Warum hast du ihm denn am Telefon gesagt, dass du unglücklich bist? Dass du nicht zufrieden bist? Ja, darauf wollte ich jetzt kommen Und zwar, ich wollte für ihn mein Leben aufgeben Also das heißt, dass ich zu ihm ziehen wollte Meine Freunde zurücklassen, meine Familie Um bei ihm dann studieren zu gehen Weil ich jetzt Abitur gemacht habe, also dieses Jahr Und dann kam es halt so Das war, da war ich im August bei ihm Und er hat mich komplett alleine gelassen Denn da war es mal so, dass ich ihn gebraucht habe Und er hat mich wirklich komplett alleine gelassen Er ist gewalttätig mir gegenüber geworden Und was heißt das? Ja, also er hat mich nicht geschlagen Aber er hat mir körperlich wehgetan Also es war zum Beispiel Es sind ganz viele schlimme Sachen in diesen vier Wochen passiert Und eine war halt zum Beispiel, dass ich mich ins Bad verkochen hatte Weil ich einfach nicht mehr seine Sprüche ertragen konnte Und dann ist er halt gekommen und hat meinen Kopf total gegen die Wand gepresst Oder hat meine Hände festgehalten Hat mich rumgeschüttelt Und ich habe mich halt nicht gewehrt, also gar nicht Warum bist du noch bei ihm? Die Beziehung ist ja noch sehr jung Und wenn man dann so etwas extrem Negatives erlebt Könnte ich mir vorstellen, dass man da auch irgendwo eventuell dann auf Distanz gehen Geht Warum bist du noch bei ihm? Das frage ich mich selber Ich frage mich Bist du blind geworden? Bist du jetzt wirklich so einer von den Menschen geworden Die dann wirklich blind sind und das nicht sehen? Aber andererseits ist es auch so Dass es bei ihm nicht so leicht ist Ihn in eine Schublade reinzustecken Weil er ist irgendwie Also er hat total zwei Seiten Er sagt die ganze Zeit, dass er mich über alles liebt Dass ich einzig gut in seinem Leben bin Dass er nichts anderes außer mich hat Hast du Mitleid auch mit ihm? Nein Ich will ihm einfach nur helfen Also ich habe das Bedürfnis, ihm zu helfen Das Problem ist nur, so wie du es gerade gestellt hast Hast du ja schon eine ganze Menge getan Ja Und so wie er mir erscheint Hat er ja offensichtlich große, große seelische Probleme Wo immer die auch nur herrühren mögen Du hast ein Stichwort schon gesagt Dass die Familie nicht gut war Dass die Kindheit schwierig war und so weiter Ich habe ihm auch schon so oft gesagt Dass er in Therapie gehen soll Und er klärt sich auch bereit Aber es sind dann immer wieder so Ausreden Dann heißt es Ja, zur Zeit habe ich einen Zeitarbeitsjob Ich mache das, wenn der Job vorbei ist Dann mach ihm doch einen Vorschlag Dann, ich meine Er merkt ja wohl Dass du ihn schon sehr gemocht hast Oder ihn vielleicht immer noch Gefühle da sind Dass er etwas in die Waagschale werfen muss Um die Beziehung zu halten Nämlich, dass er etwas für sich tun muss Das tue ich die ganze Zeit Und dann musst du die Konsequenz ziehen Wenn er das nicht macht Wenn er immer Ausreden hat Dass du dich wirklich dann von ihm distanzierst Man darf sich auch nicht erpressen lassen Auch nicht durch so eine Tat Das ist etwas ganz Blödes Es ist etwas ganz Bescheuertes Was Menschen tun können Zu sagen, ich bringe mich um, wenn du mich verlässt So darf man nie erpressbar werden Nie Da wird man auch nie glücklich bei Die Trickle, in der ich mich befinde Er sieht es ja alles ein Er will sich ändern Er meint, es tut mir so leid, was ich dir angetan habe Ich war ein Scheuser Ich finde mich grauenhaft Ich weiß, dass ich Hilfe brauche Okay, sind gute Sprüche Dann soll er was tun Er soll sich ändern Du kannst ihm ja sagen Änder dich, ich bin da Aber lass uns erstmal eine Ruhephase einlegen In unserer Beziehung Ja, das mache ich ja gerade Ich sollte heute Morgen zu ihm runterfahren Ich habe es nicht getan Weil ich das einfach als Falsche achte Denn deine Hauptaussage ist Ich fange die Therapie an Aber nicht ohne dich Nee, das ist Unsinn Weil ich nicht ohne dich schaffe Und das sage ich ihm auch Ja, das ist Unsinn Er muss genau die Therapie anfangen Ohne dich Ja Und wenn er eine Stabilität findet Oder wenn sich was bei ihm verändert Dann ist es wunderbar Wenn er einen Menschen hat Der an seiner Seite ist So zieht er dich immer wieder mit da rein Und bindet dich an ihn Und es wird immer wieder neue Probleme geben Immer wieder neue Komplikationen Ich finde dein Verhalten spontan gut Was du da machst Du ziehst dich zurück Das finde ich richtig Wenn du noch Gefühle für ihn hast Hast du noch Gefühle für ihn? Ja So Dann hast du es ihm ja auch gesagt Tu du etwas Und wir können dann ja Einen neuen Weg später finden Ja So musstest du richtig sehen, Caroline Finde ich Ja So hart das auch ist Und so belastend das auch ist Aber das ist der richtige Weg Das wird auch jeder Psychologe dir so sagen Und auch der Psychologe mit dem er hoffentlich dann bald in Kontakt tritt Erst muss er sein Das ist mir auch Ich weiß ja auch, dass es das Richtige ist Deswegen bin ich auch heute Morgen einfach intuitiv nicht gefahren Weil ich einfach gespürt habe, dass es falsch wäre Gute Intuition Gute Intuition Ich würde sagen, mach erstmal weiter so, Caroline Okay Wenn Probleme sind, wenn es irgendwie sehr kompliziert wird Mail uns bitte mal Ja Ja Dann können wir schneller reagieren Und das ist einfacher dann als mit dem Telefon Und ich wollte dir noch was sagen Und zwar, ich habe mir geschworen Wenn ich einmal bei dir durchkomme Dass ich dir sage, dass die Welt durch Menschen wie dich zu einem besseren Ort wird Oh, das ist aber ein tolles Kompliment Das ist ein sehr tolles Kompliment Da danke ich dir sehr herzlich Aber es kommt von Herzen Das habe ich gerade gemerkt, ja Vielen, vielen Dank Vielen lieben Dank Okay Caroline, alles Gute wünsche ich dir Und wenn was ist, mailst du, ja? Ja, mache ich Okay, tschüss Okay, ciao So meine Lieben, 0800 220 50 50 Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt Hier live im Radio, bei 1Live oder im Fernsehen Dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 Oder mailt unter domian.wdr.de Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben Hier ist Timo und Timo ist 22 Jahre alt Guten Morgen Ja, hallo Hallo Timo Ja, Tag, ich bin ein bisschen nervös Ja Um was geht's denn? Ja, es geht darum, dass in Mecklenburg-Vorpommern die NPD höchstwahrscheinlich, also nach Prognosen zumindest, in den Landtag einzieht Ich habe halt bis März in dieser Gegend da gewohnt, also Ökarando-Kreis Und da bin ich selber Opfer von Neonazis halt geworden Inwiefern? Ja, also ich habe da ja halt ein Jahr gewohnt Das ging halt auch täglich eigentlich schon mit Pöweleien los Habe ich mich aber halt nicht von provozieren lassen, halt von der Sache Die haben dich angepöbelt? Ja genau, weil ich halt aus dem Grunde, weil ich halt so ein T-Shirt getragen habe, wo halt so ein durchgestrichenes Hakenkreuz halt drauf ist Was sagen die denn dann? Sagen die, wie äußern die sich? Ja, du bist nicht arisch Und weil man dann quasi, also wie soll ich sagen Du passt nicht in dieses Land Weil ich halt so dieses Zeichen dafür habe, also dass ich kein anständiger Deutscher bin Verstehe Also die sehen das dann halt so, dass man halt wirklich kein anständiger Deutscher ist Also das war so ein Anpöbelei, ging das auch in Gewalttätigkeiten über? Ja genau, das ist halt dann das Problem, da habe ich mich dann halt erst auch gar nicht von provozieren lassen halt Ja und dann, irgendwann kam dann halt der Tag, das war an einem Wochenende, da nach dem Disco-Besuch war das Und dann sind halt wieder diesejenigen gewesen Also erstmal mit der Anpöbelei, ja und Ja und dann habe ich halt diesmal mal was zurückgesagt gehabt Nämlich? Ich habe dann, ja, denk mal nach, das ist Dummheit, habe ich dann halt einfach nur gesagt Ja, was ja noch harmlos ist Ja, ja genau, denk mal nach, halt, das ist halt Dummheit, also so habe ich das dann halt gesagt Ja und dann Aber wahrscheinlich für die ja eine große Provokation darstellt Ja genau Ja Ja und dann ging es dann halt richtig zur Sache Also dann ging das erstmal mit, ähm Erstmal sind sie dann zu mir hingekommen, ich bin dann halt weggelaufen Ähm, eine Freundin von mir war auch dabei, die ist auch gerannt wie eine Verrückte Ja, ähm, dann haben sie mich halt gekriegt Weil es waren sechs Leute waren das Mhm Was haben die mit dir gemacht? Ja, dann ging das erstmal mit der Faust immer ins Gesicht Die ganze Zeit immer wieder rein Ähm, hatte auch einen Nasenbeinbruch halt Mhm Dadurch bedingt, weil sie immer mit der Faust so reingehauen haben wie Verrückte halt Mhm Ja und dann hat einer auf einmal, äh, wie ein Verrückter dann auch noch zugetreten Mhm Also im Magenbereich halt Mhm Ja, dann bin ich halt gestürzt halt und dann haben sie weiter auf mich eingetreten Mhm Also und irgendwann haben Wie schwer warst du verletzt? Also Nasenbeinbruch hatte ich gehabt, ähm und eine Gehirnerschütterung Ja, irgendwann haben die dann einfach so von dir abgelassen? Irgendwann, ja weil dann Leute dazwischen Ah ja Wollten, also das haben dann welche von der Diskothek mitbekommen Bist du im Krankenhaus behandelt worden? Ja, ich bin im Krankenhaus, war, also ich konnte aber nach ein paar Tagen wieder raus Aber immerhin warst du ein paar Tage im Krankenhaus Ja, deswegen Hast du Anzeige erstattet? Ich habe eine Anzeige gemacht, aber es ist leider nicht wirklich was draus geworden Weil man diejenigen nicht findet oder denen das nicht nachweisen kann, es keine Zeugen gibt und so weiter Ja genau, das war dann halt das Problem an der ganzen Sache Mhm Und, und jetzt kriegt man das halt in den Nachrichten wieder mit Dass diese Partei dann auch noch, ähm, wieder halt dort in den Landtag ein Waren diese Leute denn erkennbar NPD-Anhänger? Also man, also es waren diese Klischee-Neonazis Also es sind halt rumgelaufen, halt Bomberjacke, halt Glatze, so, also richtig Klischee-Leute Ja Du lebst aber nicht mehr dort? Nee, nee, ich bin jetzt nach, äh, also nach Köln gezogen Ja Ähm, seit, äh, April, seit April wohne ich in Köln schon Ja, das Problem haben wir hier Gott sei Dank nicht Ja, also muss ich mir auch sagen Wir haben hier Probleme mit anderen gewalttätigen gesellschaftlichen Gruppen, aber nicht mit, äh, mit Neonazis Ja, das ist mir auch, also es ist offenbar auf jeden Fall Ja, das ist ganz schlimm, es ist fürchterlich, was man, was man immer wieder und immer wieder hört, vor allen Dingen aus Ostdeutschland Ja Was, was, was so, äh, die, die NPD, das ist ja sehr vermischt, man weiß ja gar nicht so genau, wer ist da nun dabei und welche Gruppierungen auch von, 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 von ganz rechts sind, sind, äh, dabei Ich finde immer, dass man, dass man sich da nicht zu sehr drüber aufregen sollte, dass die in ein Parlament einziehen Wir sind eine Demokratie und wir sind eine so stabile Demokratie, dass wir das sehr gut verkraften können Es gibt in anderen, bin ich sehr sicher, es gibt in anderen europäischen Ländern viel stärkere Rechtsströmungen Äh, das haben wir Gott sei Dank nicht Und ich glaube, dass, äh, dass das unserem Staat nichts antun wird Dennoch ist es natürlich, äh, äh, unappetitlich, sagen wir es so Ja, halt auch vom Ansehen denkt man ja auch, weil halt wegen unserer Vergangenheit halt Und dann fragt man sich natürlich, dass es dann halt noch Leute gibt in Deutschland, die irgendwie aus der Vergangenheit irgendwie nicht so wirklich was gelernt haben Das finde ich halt, beängstigend irgendwie auch Das ist, also, vor allen Dingen überwiegend in Ostdeutschland Aber es wird immer wieder Minderheiten geben und das ist, das ist Gott sei Dank eine Minderheit in Deutschland Und man sollte sie vielleicht auch nicht aufwerten, indem man ständig und ständig und ständig und ständig darüber redet Es ist eine Minderheit Und wir wollen ja für diese Minderheit gar nicht Werbung machen, für deren Geisteshaltung Ja Ich finde das sehr schlimm, was dir vorgefallen, was, was dir passiert ist, was da vorgefallen ist Also ich habe Angst vor diesen Leuten, muss ich ganz ehrlich Das glaube ich, wenn man das, wenn man sowas persönlich erlebt hat, dann, äh, ist man natürlich ein gebranntes Kind, das ist mir völlig klar Und das ist, aber mir zum Glück in Köln noch nicht passiert, also Ja Du hast dir gut aufgehoben hier Ja, wir verfolgen die Wahl und hoffen, dass die nicht zu stark werden Ja, kann man nur hoffen, ne Und, äh, dir wünsche ich von Herzen, dass dir, äh, nie wieder so eine Gewalt angetan wird Von wem und von welcher Seite auch immer Ja, das hoffe ich auch auf jeden Fall Ja Und da hätte ich mal noch eine Frage Bitte Mit einem Autogramm Das geht natürlich Ja Indem du auflegst und wir dich nochmal anrufen, um deine Adresse zu notieren Okay Oh ja, das wäre ja super, okay Timo, alles Liebe, alles Gute Ja, das ist auf jeden Fall super, wollte ich nur nochmal sagen Sehr nett von dir Alles Gute Ja, okay Tschüss Und Tanja ist hier, Tanja ist 37, guten Morgen Tanja Ja, guten Morgen Domi Hallo Tanja, um was geht's bei dir? Ja, wir haben vor nicht allzu langer Zeit miteinander telefoniert, da hattest du das Thema, ähm, wie war das, mit dem Sommer? Ja, dachte das war's, da hatte ich dich angerufen, dass mein Mann seine Jugendliebe wieder getroffen hat Ja, Sommergeschichten ist das Thema Ja, ganz genau Ja, und ich sag mal, es hat sich jetzt viel getan Wir waren bis Mittwoch eigentlich getrennt gewesen Das war die Geschichte, er hat die Jugendliebe wieder getroffen Ja, ganz genau Und du warst auch interessiert an der Jugendliebe Ja, ganz genau Das heißt, du hattest dich in die Frau auch ein bisschen verguckt Ja, ganz genau Und da war irgendwie so ein Dreier, Kuddelmuddel entstanden Ja, richtig, richtig, ja Aber die Frau, Entschuldigung, wenn ich das mal zusammenfasse, aber die Frau wollte so sexuell von dir nichts Richtig So, wie ist der Stand der Dinge jetzt? Wie hat es sich entwickelt? Der Stand der Dinge ist also folgendes, sie will immer noch nichts von mir Da mir aber die Freundschaft zu ihr sehr wichtig ist Und überhaupt, das Leben, was wir zurzeit zu dritt führen, eigentlich eine sehr große Priorität bei mir gewonnen hat Ja, habe ich einfach den Wunsch oder das eben halt für mich jetzt entschieden, sie nicht näher zu bedrängen Sondern einfach eine gute Freundin ihr sein wollen und sie dadurch nicht zu verlieren Das ist eine ehrenwerte Einstellung, aber wie gehst du damit um? Wie ist denn der Kontakt zwischen deinem Partner und ihr? Also die zwei haben sexuellen Kontakt Die haben sexuellen Kontakt und das kannst du ertragen Ja Und hast du auch noch sexuellen Kontakt mit deinem Partner? Ja Auch noch? Ja Also er hat im Prinzip den Luxus, er hat zwei Frauen Ja, kann ich so sagen Ja Alle verstehen sich gut miteinander, nur zwischen den Frauen läuft nichts Sexuelles Ja, ganz genau so sind wir jetzt Und es gibt keine Spannungen? Nein, also wir haben uns jetzt nochmal intensiv ausgequatscht Also wir haben uns manche Dinge an den Kopf geworfen Also wir Frauen vor allen Dingen untereinander, die man vielleicht hätte nicht sagen sollen Man musste einfach vielleicht nochmal Grenzen klar abstecken War irgendwo auch ein bisschen verzweifelt, enttäuscht, keine Ahnung Also mir ist das alles ein bisschen viel geworden Woran, sag mal ein Beispiel, woran sich der Streit entzündet hat? Ja, ich hatte also so das Gefühl, dass Ulam mir also meine Familie nehmen wollte Da bin ich ein bisschen kredenstisch geworden Familie, es gibt auch Kinder Ja, wir haben also einen Sohn von zwölf Jahren Ja Und der ist also, ich sag mal, erste Liebe von Ula Also er schwärmt sehr für sie Und ja, ist so dumm Ja, hört sich dumm an Aber der Junge kriegt ja auch mit, dass der Papa da plötzlich Nein Das geht ja nicht mit Nein, also das ist ein Thema unter uns drei Ah ja Und wenn also unser Sohn dann auch da ist, dann verhalten wir uns neutral Also da ist er noch zu klein für Also ich weiß nicht, wenn irgendwann mal die Fragen kommen werden Ja Dann werde ich die ehrlich beantworten Aber solange nichts kommt Ist denn dein Partner schon hauptsächlich bei dir und bei euch zu Hause oder ist er auch oft bei seiner Und übernachtet bei seiner Jugendliebe? Also übernachten tut er dort nicht Also er ist viel zu Hause, obwohl wir drei Sätzen Freizeit auch miteinander verbringen Und das ist jetzt so, dass ihr wirklich spannungslos einen Ausflug machen könnt Ja, ganz genau Essen gehen könnt oder weiß ich was, was man so unternimmt Ja Das geht Das ist ja schon eine sonderbare Geschichte, ne? Ja Er trifft ein Mann seine Jugendliebe und die aktuelle Ehefrau verknallt sich auch in die Jugendliebe Und bei dem Mann flammt auch nochmal was hoch Was damals mal war und wichtig war für ihn Ja, irgendwo kann ich das selber gar nicht glauben, ne? Aber es ist einfach so und Hattest du denn eigentlich früher auch schon mal so bisexuelle oder lesbische Neigungen? Ja, also wie gesagt, wir sind ja ein Zwingerpärchen und dadurch, klar, hatte ich sexuelle Neigungen auf die Erfahrungen gesammelt Hattest du dich auch schon mal verliebt in eine Frau oder waren das bisher nur so Sexgeschichten? Das waren eigentlich mehr so Sexgeschichten Also richtig Gefühle sind das bis jetzt eigentlich nur bei Ulla gewesen Wie ist denn das, wenn dein Partner bei ihr ist und du dir an allen fünf Fingern abzählen kannst, die haben jetzt auch Sex miteinander Schmerzt das denn doch nicht etwas? Nein, also die Phase habe ich gestern Abend abgelegt, das hat keinen Sinn, Domian, entweder stehe ich dazu oder schlafe ich Weil mich da irgendwo in so einem Zwiespalt zu geben und im Endeffekt dann mein Leben nicht mehr auf die Reihe zu bekommen, da habe ich keinen Bock mehr drauf Also das ist jetzt für mich vornherein klar, also ich akzeptiere das Ich habe mit meinem Partner also klare Absprachen getroffen, die ich hoffe, die er einhält Und wenn das alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann können wir drei alt werden Das Ganze läuft ja noch gar nicht so lange Ja, drei Monate Da wollen wir noch nicht von Altreden reden Da fließt noch viel Wasser in den Reihen runter, wie man so schön sagt Aber es ist ja gut, wenn ihr euch jetzt arrangiert habt Richtig Und was will man mehr? Somit funktioniert es erstmal und wenn es in dem Jahr nicht funktioniert, dann muss man halt wieder neu reden und neu beraten Das sehe ich auch so Zu jedem Problem findet sich eine Lösung Ganz genau Liebe Tanja, danke nochmal für deinen Anruf und dass du uns auf dem Laufenden gehalten hast Ja, kein Problem Alles Gute Dankeschön, tschüss So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, bis das WDR Fernsehen zuschaltet Und da machen wir einfach ein paar Takte Musik So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, bis das WDR Fernsehen zuschaltet So Da ist und wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde Und dann können wir loslegen Wie immer, freitags eine Freitemennacht Auch nochmal an euch der Hinweis Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch Wir reden hier live im Fernsehen, live im Radio 0800 220 50 50 Oder meldet mir ganz einfach unter domian.wdr.de So, jetzt bin ich verbunden mit Lara und Laura Ja Und beide sind 14 Jahre alt Ja Habt ihr so ein Doppeltelefon? Nein Nein, ich rede jetzt erstmal mit Lara Genau Hallo Lara, warum rufst du mich oder warum ruft ihr mich an? Also das ist so, vor einem halben Jahr ist unser Papa abgehauen mit einer anderen Frau Und seitdem ist unsere Mama irgendwie depressiv geworden Wie alt seid ihr, also Lara, wie alt seid ihr denn? Ich hab grad 14 gesagt Ja Seid ihr Zwillinge? Ja Achso, konnte ich ja nicht wissen Hört man ja nicht so direkt Nee Also Moment, jetzt hab ich gerade über das Alter nachgedacht und dir gar nicht richtig zugehört Ich hab gehört, der Papa ist abgehauen Ja, mein Papa hat halt eine neue Freundin gehabt Ja Und dann hat meine Mama das mitgekriegt und dann haben die sich vor einem knappen halben Jahr getrennt Oh weia, das ist natürlich schlimm Ja, und unsere Mama, die ist seither irgendwie depressiv geworden Wie, wie merkt ihr das denn, dass die Mama depressiv ist? Ja, die schließt sich im, also nur noch in ihrem Zimmer ein Ist entweder am Heulen oder trinkt auch in letzter Zeit total viel Alkohol Achso, das kriegt, das kriegt ihr auch mit Ja, jetzt hat sie halt ihren Job verloren Das auch noch? Ja, weil sie geht auch zur Arbeit und ruft da nicht mal an Achso, achso, verstehe, verstehe Also aufgrund, weil sie nicht, weil sie trinkt oder zu spät kommt oder nicht hingeht Nein, weil sie auch einfach nicht aus dem Bett kommt Verstehe Ja, und wenn sie dann halt Alkohol getrunken hat, dann weint sie zwar nicht mehr so viel Aber wird dafür auch manchmal so total aggressiv Und wir wissen irgendwie auch nicht mehr, wie wir ihr helfen sollen Seid ihr denn die beiden einzigen Kinder oder gibt es noch Geschwister? Nee, wir haben noch eine kleinere Schwester Achso, noch eine kleinere, wie alt ist die? Die ist acht Das ist ja dann noch komplizierter Die ist ja dann noch mehr auf die Mutter fixiert und angewiesen als ihr mit 14 Wie ist denn der Kontakt zu dem Vater? Kommt der ab und zu noch vorbei? Nee, gar nicht mehr Der ist innerhalb von einem Wochenende ausgezogen Und meldet sich seither auch nicht mehr Er kümmert sich um euch auch nicht, um die Kinder Nein, und die Mama findet das halt auch gut, weil wenn er gehen will, dann soll er gehen Aber sie sagt halt dann, man soll uns in Ruhe lassen Wie seht ihr denn das? Wie siehst du das denn? Hast du nicht schon mal ein bisschen Sehnsucht nach deinem Papa? Doch, und ich würde das ja auch alles gerne mal verstehen Und er kann uns ja auch mal sagen, wie wir der Mama noch helfen sollen Aber er lässt euch völlig alleine Ja, weil er hat halt jetzt eine andere Freundin, die ist auch ganz weit jünger als er Ja, aber er könnte ja mal anrufen Ja, aber er will halt jetzt lieber mit der noch eine Familie machen, also aufbauen Bist du da sauer auf deinen Vater? Ja, schon, weil der kann ja eigentlich nicht einfach so gehen Also, man weiß ja nicht, was da zwischen deinem Vater und deiner Mutter passiert ist Das kann ja sein, dass da große Probleme waren auch Das ist aber ein ganz anderes Thema Gegenüber euch beiden Oder euch dreien Das heißt, euch dürfte er eigentlich nicht so allein lassen Da müsste er sich schon Ob neue Freundin, ja oder nein Müsste er sich drum kümmern Ja, eigentlich schon Finde ich schon So, jetzt geht es der Mutter ganz schlecht Ja Ihr seid ja nun schon 14 Jahre alt Da kann man ja schon ganz normal reden Ja Hat sie denn mal versucht Irgendwie ein bisschen mit euch mal zu sprechen Und euch zu erzählen, was in ihr so vorgeht? Nein, wenn wir sie da irgendwie drauf ansprechen Dann schließt sie sich wieder in ihrem Schlafzimmer ein Und dreht die Musik total laut Die macht ja nichts anderes mehr Als den ganzen Tag irgendwie in ihrem Schlafzimmer hängen Mit Musik an Abends trinkt sie dann Und wir können sehen, wie wir die Schule klar also machen Ja Und nebenbei den Haushalt machen Ja Und ihr steht letztendlich ganz hilflos da Und wisst gar nicht, was ihr machen sollt Ja, weil meine Mama lässt halt auch keinen mehr an sich ran Und sie hat jetzt halt auch die Freunde und Verwandten In letzter Zeit echt total mies behandelt Und die haben sich natürlich auch abgewendet Die haben ja auf dieses Drama auch keine Lust Ja Sitzt die Laura neben dir? Ja Ob die auch mal ein paar Worte mit mir sprechen möchte? Ja, ich gebe sie mal weiter Dann gib sie mir mal, ja genau Hallo Dumia Hallo Laura Du bist die Zillingsschwester von Lara Ja Das ist ja eine schlimme Situation bei euch Wie Lara das gerade erzählt hat Wie empfindest du es? Wie bitte? Wie empfindest du es? Ja Es ist nicht wirklich schön Mhm Das ist anstrengend manchmal Gibt es denn irgendjemanden Gerade hat Lara schon gesagt Dass sich viele Leute auch abgekehrt haben von euch Gibt es denn irgendeinen Verwandten Zu dem ihr Vertrauen habt Der auch noch Kontakt mit der Mutter hat? Meine Mutter hat mit niemandem mehr Kontakt Mit niemandem mehr? Nein, die ist ja nur im Zimmer Gibt es denn einen Verwandten oder einen Freund von früher So aus dem Kreis eurer Eltern Wir haben schon mit den Leuten mal gesprochen Und die haben sich mal verkracht gehabt irgendwann So wurde uns das erklärt Das war kurz bevor der Papa weggegangen ist Also im Klartext, da ist kein Mensch mehr im Moment Nee Und ihr Mädels schmeißt den Haushalt auch alleine? Ja Das ist nicht wirklich leicht manchmal Das glaube ich Weil manchmal ist das ein bisschen chaotisch Sag ich mal Ihr müsst in die Schule gehen? Ja und wenn Mama ein bisschen sauber wird Dann kann das auch mal vorkommen Dass sie ein bisschen Sachen durch die Gegend schmeißt Ah ja Also das hört sich für mich aber ganz klar so an Dass deine Dass eure Mama ganz 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 dringend Ärztliche und psychologische Hilfe braucht Habt ihr das ihr mal gesagt? Warum sie nicht zum Arzt oder zu einem Psychologen geht? Ich habe sie da mal drauf angesprochen Und dann hat sie ein bisschen geschrien Und dann ist sie in ihr Zimmer gelaufen Hat die Musik erlaut angemacht Und hat geweint Wo ist die Mama jetzt? Sie ist jetzt in ihrem Zimmer Die schläft Die schläft Das kann also nicht zufällig sein Dass sie unsere Sendung sieht Nein Glaubst du nicht? Und sie ist auch nicht dazu zu bewegen Dass sie sich mal mit mir unterhalten würde Vielleicht nächste Woche Das weiß ich nicht Aber ich denke mal Das wird so sein wie immer Dass sie sich einschließt Wobei das ist ja nur Telefon Und da entstehen ja keine Ich höre deine Stimme im Hintergrund Kommt sie? Ich habe deine Stimme im Hintergrund gehört Kommt sie? Hallo? Hallo? Ja? Und sie? Spreche ich noch mit Laura? Ja Ich habe deine Stimme im Hintergrund gehört Kommt eure Mutter da rein? Nein, das war meine Schwester Ach, das war die Schwester Ich meine Du könntest es ihr ja mal vorschlagen Dass ich mit ihr spreche am Montag Montagabend Ich glaube nicht Dass das klappt Denn es ist ja ganz unverbindlich Es ist nur Telefon Und so weiter Pass auf Wir werden mal mehrgleisig jetzt fahren Man könnte es natürlich versuchen Aber Man könnte es mal versuchen Ich denke mal Dass sie dann ziemlich sauer wird So Wir machen mal folgendes Ihr könnt das ja versuchen Darüber hinaus Möchte ich jetzt Dass ihr sofort im Anschluss An unser Gespräch Mit meiner Psychologin sprecht Ja Die wird euch dann noch Ganz konkrete Tipps geben Wie ihr in der Situation Eure Mutter jetzt unterstützen könnt Das heißt Da muss ja Was passieren Sonst Eskaliert die ganze Sache Ja Dann wird es noch viel schlimmer Alles Das glaube ich auch Also es müsste irgendwas Muss jetzt so vorsichtig eingeleitet werden Dass eure Mutter zu einem Arzt Oder einem Psychologen Möglichst einem Arzt Um Psychologen geht Ja Liebe Laura Dann legst du bitte jetzt auf Oder ihr legt auf Und die Magdalena Meine Psychologin Ruft euch an Darüber hinaus Könnt ihr auch mal versuchen Mit eurer Mama zu sprechen Ob sie mit mir Vielleicht nächste Woche sprechen möchte Man kann das ja mal probieren Man kann das mal probieren Aber ich garantiere das nicht Ne, ne Das ist mir klar Aber ein Versuch ist es wert Manchmal Dann klappen ja auch die Dinge Von denen man glaubt Das geht gar nicht Mhm Jetzt legst du erst mal auf Und wir rufen gleich nochmal an Alles klar Okay Danke du mir Okay Alles Liebe Tschüss Tschüss Das war Laura Und Lara Beide 14 Jahre alt In einer sehr traurigen Situation Weil sie nicht wissen Wie sie ihrer Mama helfen können Hier ist Markus Markus ist 26 Jahre alt Guten Morgen Ja hallo Markus Hallo Hallo Dumian Also ich bin wie nervös Ich bin ein bisschen schon drin Ja Das ist mir auch schon mal passiert Wenn ich nervös bin Dass ich meinen eigenen Namen gesagt habe Also Markus Um was geht es bei dir? Also ich bin ein bisschen nervös Ich hoffe das legt dich so ein bisschen Wenn ich etwas erzähle Und zwar habe ich mich heute Beziehungsweise gestern Selber angezeigt Mit meinem Rechtsanwalt Bei der Polizei Und warum Möchtet ihr jetzt erklären? Und zwar war das im Jahr 2000 schon Das ist ziemlich lange zurück jetzt Ich war in der Fahrschule Und habe eine Fahrstunde genommen Eine Überlandfahrt Das war an einem Sonntag Ist eigentlich verboten Aber die Fahrlehrer machen das Manchmal so Das darf ja nicht offiziell sein Und es ist zum Unfall gekommen Bei dieser Überlandfahrt Ich habe einen Jungen angefahren Bei Überlandfahrt Im Waldstück Es galt eigentlich rechts vor links Obwohl es ein ziemlich kleiner Waldweg ist Ich habe das nicht beachtet Und der Fahrlehrer hat telefoniert Hat auch nicht drauf geachtet Und ist also aufgrund grober Fahrlässigkeit Also der Junge vom Fahrrad gestürzt Und ich bin einfach reflexhaft weitergefahren Weil ich wahnsinnige Angst hatte Und der Fahrlehrer hat mich auch ermutigt Weiterzufahren Der hat dich ermutigt Genau Und er meinte Es ist nichts passiert Es ist nichts passiert Und es sah auch gar nicht so aus damals Als sei was passiert Wir haben das Fahrrad getroffen Der Junge ist hingefallen Und er hat einen Fahrradhelm auf Und da hat der Fahrlehrer mir halt Ein gutes Gewissen noch eingeredet Was ja unglaublich ist Eigentlich hätte er sofort Bremsen müssen Und sagen müssen Wir müssen die Polizei anrufen Das habe ich ihm damals auch Noch während der Fahrt gesagt Ich war auch ziemlich aufgeregt damals Und hat er gesagt Ich soll jetzt keine Fragen stellen Es passiert nichts Und es sei auch in meinem Interesse Dass nichts weiter an die Öffentlichkeit kommt Weil ich sonst nicht einen Führerschein kriegen könnte Die nächsten fünf Jahre Und ich hatte damals einen Ausbildungsplatz In Aussicht Aber unter Voraussetzung Dass ich einen Führerschein habe Und ich hatte so viel Angst Und er hat mir halt eingeredet Dass ich ganz viel Ärger kriege Und ich habe aus eigener Angst geschwiegen Aber auch weil ich dachte Es sei nichts passiert Der Junge hat den Fahrradhelm auf Hast du denn irgendwie hinterher in der Presse was gehört Ja Was war da mit dem Jungen? Und zwei Tage später Also da kam erstmal in der Presse Einfach eine Meldung Dass ein flüchtiger Fahrer gesucht wird Ich habe mit meinem Flacherscheinlehrer damals auch darüber gesprochen Aber er wollte überhaupt nichts davon wissen Und hat auch gesagt Dass ich derjenige sei Der Ärger kriegt Und ich wusste damals auch nicht Dass es nicht so ist Das habe ich erst später erfahren Dass er der Ärger kriegt So was mit dem Jungen passiert wird Das habe ich damals aus der Presse Noch nicht richtig erfahren können Weil er wohl noch im Krankenhaus gelegen hatte Es war also noch schlimmer Als es zuerst aussah Immerhin lag er im Krankenhaus Ja genau Und ich wusste ja in welcher Siedlung Ich ihn angefahren hatte Und ich hatte in der Siedlung Auch einen guten Freund Oder Bekannten damals Und über den Habe ich halt das dann indirekt erfahren Also ich habe nie mit jemandem Bis heute quasi Besprochen über die Sache Aber ich habe den Kumpel damals ausgehorcht Was mit seinem Quasi Dorfmitbewohner ist Und der hat also gerumpelt seitdem Das wusste ich Seitdem der Unfall war Seit dem Unfall Das heißt der war doch Recht schwer verletzt Und rumpelt bis heute So und das ist nämlich jetzt Das einst richtig große Problem Also er lebt heute nicht mehr Er hat sich letztes Jahr Das Leben genommen Ich habe in der Lokalzeitung Eine Anzeige gesehen Die Todesanzeige Weil ich seinen Namen wusste Konnte ich das sofort zuordnen Wie alt war der Junge? Wie alt war der Junge? Also er hat sich kurz vor Sein 19. Geburtstag umgebracht Nun weiß man nicht In welchem Zusammenhang Das mit dem Mit der Behinderung steht Genau Und da habe ich aber dann Bei meinem Freund Ich in dem Ort ja noch hatte Auch nochmal nachgefragt Weil das ist so ein Ort Wo noch jeder jeden So halb kennt Und er hat mir gesagt Dass er halt wegen der Behinderung Sich vom Leben ausgeschlossen gefühlt hat Und auch keine Freunde Keine Freundin hatte Keinen Sport machen konnte Also der direkte Zusammenhang War nicht so sichtbar Aber man könnte schon sagen Wenn der Unfall nicht gewesen wäre Wäre das jetzt nicht mehr zurück Also du hast auf jeden Fall Dann damals ganz normal Deinen Führerschein gemacht Und das Leben Ist so seinen Gang gegangen Jetzt kamen diese ganzen Verstrickungen Und die Information Dass der Junge Sich das Leben genommen hat Und das war für dich Ausschlaggebend Dass dein Gewissen Sich gemeldet hat Dass du gesagt hast Ich muss jetzt Anzeige erstatten Ich muss mich selbst anzeigen Also es kam noch vieles dazwischen Erstmal der Tod war ja letztes Jahr schon Am 20.03. hat er sich umgebracht Letztes Jahr 2005 Ist also jetzt schon anderthalb Jahre her Wie hat der Junge sich denn umgebracht? Also in der Zeitung stand erstmal nur Dass er tot war Ich wusste nicht sofort Dass er sich umgebracht hat Aber das denkt man dann oft So bei so Leuten Also er hat sich wohl verletzt Mit dem Messer Das wurde mir gedacht Aber das muss man sich nur vom Hören sagen Wie kam das hin Dass dein Gewissen Jetzt So Sich so lautstark gemeldet hat In den letzten Monaten Dass du es nun gemacht hast? Also erst mal Letztes Jahr bin ich erstmal Zum Fahrlehrer direkt nochmal hingegangen Und mit ihm darüber zu sprechen Und er hat dann einfach aufgelegt Erstmal am 4.01. Als ich angerufen hatte Und als ich da war Hat er mich einfach rausgeworfen Aus seiner Fahrschule Ich habe ihn extra aufgesucht Als er noch Bürokram gemacht hat Als kein anderer Schüler mehr da war Zur theoretischen Stunde oder so Und als ich später nochmal kam Als andere Schüler da waren Da hat er mich wirklich mit Gewalt rausgetan Und gesagt hat Er will mich dann nie mehr wieder sehen Und ich war einfach auch Ein bisschen ängstlich Weil ich jetzt jahrelang geschwiegen hatte Ob ich mich nicht noch strafbar machen würde Und das mit dem Gewissen Ist jetzt eigentlich weniger der Ausschlag gewesen Sondern ich habe mich mit einem Rechtsanwalt angefreundet Den ich halt über mein Studium auch kennengelernt habe Und der ist auf sowas als spezialisiert Und der hat mir ziemlich klar gesagt Weil ich ihm gesagt habe Ein Freund von mir hätte dies und dies Problem Dass es in solchen Fällen überhaupt Gar nicht die Schuld des Fahrschülers ist Vorgericht Sondern die des Fahrlehrers Hättest du dich denn auch selbst angezeigt Wenn dich auch eine Schuld treffen würde Also eine juristische Schuld Ich bin mir nicht sicher Aber es ist so Dass mich jetzt hier eine Schuld trifft Weil ich einfach als Mitwisser geschwiegen habe Und insofern habe ich quasi doch jetzt auch Last auf mich genommen Wie ist das jetzt? Du warst bei der Polizei Hast das alles zu den Akten gegeben? Ich war mit dem Rechtsanwalt Mit dem ich befreundet bin Heute bei der Polizei Weil ich mich tagelang mit ihm Vorher auch schon eigentlich wochenlang ausgetauscht hatte Also erst quasi Der erst auch demnächst gesagt habe Was ist jetzt so Wenn du es mir ganz klar erklären sollst Was war überwiegend? War schon das Einfach die Gewissensbelastung zu groß? Oder war einfach auch die Wut Auf den Fahrlehrer so groß? Dass er das mit dir quasi gemacht hat? Ich muss dir ehrlich sagen Es war vor allem die Wut auf den Fahrlehrer Weil er hat mir wirklich gesagt Er wird mich totschlagen Wörtlich als ich bei ihm dann war Letztes Jahr Wenn ich irgendwas sagen würde Also das ist unfassbar Dass ein Fahrlehrer so etwas Überhaupt damals schon gemacht hat Dass er zugelassen hat Dass er dich dazu animiert hat Weiterzufahren Wer weiß wie verletzt der Junge Da noch gelegen hat Und wie lange er gelegen hat Das war ja offensichtlich Kein Mensch da sonst Ja ich weiß auch ungefähr Jetzt warum er es gesagt hat Also einmal war es wohl so Der Fahrlehrer ist halt wie gesagt Am Sonntag mit mir gefahren Das ist verboten in der Regel Also soweit ich das jetzt recherchiert habe Die dürfen Fahrlehrer gar nicht Sonntags waren an Feiertagen Aber die Strafe Die er damals bekommen hätte Wäre natürlich weitaus geringer gewesen Als das was ihm jetzt droht Und die andere Sache ist Er hat auch telefoniert während der Fahrt Das ist beim Beifahrer wohl verboten Und er ist ja quasi nur Beifahrer So was könnte dir denn jetzt Als Strafmaß vorstellen? Sozialstunden oder Geldbuße Also und in der Regel auch Bewährungsstrafe halt Also ich will auf jeden Fall nicht in den Knast kommen Und ich werde höchstwahrscheinlich Auch nicht vorgestraft werden Aber ich muss mit einer Geldbuße zumindest rechnen Und mit Sozialstunden Ist denn da so eine Neugierde Dass du noch mehr gerne über diesen Jungen erfahren möchtest Was ihn zum Beispiel wirklich dazu bewogen hat Sich das Leben zu nehmen? Ja ich war oft auf dem Friedhof zumindest Auch öfter mal bei ihm Einfach um da ein bisschen so ein Gefühl zu kriegen Aber da müsstest du ja ein bisschen nachfragen Vielleicht bei den Eltern Oder in der Umgebung Geht es so weit, dass du das machen möchtest? Ich hatte mir mal gewünscht Dass vielleicht die Eltern zufällig dann auch im Grab sind Und ich mich als ein ehemaliger Kumpel oder so ausgeben könnte Es war dann so, dass eine Nachbarin von dem Jungen Aus dem Dorf am Friedhof war Und mich auch im Gespräch verwickelt hatte Und auch was sagen konnte Da habe ich auch noch mal erfahren Dass es definitiv Selbstmord war Und das auch letztendlich mit dem Unfall Im weiteren Sinne zusammen Wahrscheinlich wirst du ja noch viel mehr erfahren Jetzt wenn da ein Prozess in die Gänge kommt Dann werden die Eltern ja auch zur Aussage gebeten wahrscheinlich Und du wirst noch mehr erfahren Also ich finde gut, dass du das gemacht hast Ich bin auch wahnsinnig erleichtert Ich muss sagen, heute geht es mir gut Das klingt so wahnsinnig egoistisch letztendlich Aber mir geht es richtig gut Weil ich einfach froh bin Dass ich es geschafft habe Nicht feige zu sein Ja, und vor allen Dingen wirst du jetzt dazu beitragen Dass dieser Mann in seinem Job aus dem Verkehr gezogen wird Und das ist ja richtig so Er hat damals schon vorbelastet Weil es war schon mal was mit ihm gewesen Und das ist auch der Grund, warum er um seinen Job hätte fürchten müssen Wenn das zweite jetzt auch rausgekommen wäre Also ein schönes Beispiel dafür Dass man keinen Fehler machen Und dennoch kann man auch versuchen Auch wenn viel Zeit vergangen ist Doch noch wieder versuchen, das gut zu machen Man kann es nicht wirklich gut machen Aber man kann zumindest noch mal eine andere Richtung einschlagen Und die Richtung, die du jetzt eingeschlagen hast Die finde ich absolut in Ordnung, Markus Und gut, dass du es gemacht hast, wirklich Also ich schäme mich nach wie vor Ich werde auch große Probleme haben Den Eltern unter die Augen Das glaube ich, ja Aber im Moment überwirkt mir einfach erstmal Der Stolz, die Genugtuung Und es ist wahnsinnig erleichtert Ich kann viel offener mit Leuten jetzt sprechen Wenn ich früher eine Beziehung mal hatte Dann war immer das Problem Dass meine Freundin immer gemerkt hat Dass irgendwas bei mir ist Ein Geheimnis irgendwo Und ich konnte auch niemanden so richtig in die Augen sehen Und über frühere Zeiten sprechen Also, ich finde es gut, dass du es gemacht hast, Markus Ja Und auch gut, dass du es hier erzählt hast Das ist vielleicht auch noch ein Beispiel Ein bisschen für Zivilcourage für andere Leute Ich wünsche dir alles Gute Und bleib bei dieser Grundhaltung Die ist gut, die ist in Ordnung Und du bei deiner guten Sendung Dankeschön Tschüss Tschüss Domian Tschüss Hier ist Diana Diana ist 24 Hallo Diana Hallo Domian Hallo Diana Was ist dein Thema? Und zwar ist bei mir Thema Michael Jackson Michael Jackson? Ja Ist der noch Thema? Bitte? Ist der noch ein Thema? Ich dachte, er ist so out Für mich seit 14 Jahren schon, ja Weil du ein wahnsinniger Fan bist? Ja, genau Und zwar hat das mit 10 Jahren angefangen Da habe ich mich nur für seine Musik interessiert Erstmal Und dann habe ich mich aber mit der Person Michael Jackson befasst Und war auch auf Konzerte und so weiter Habe ihm auch schon die Hand gegeben Du hast ihm die Hand gegeben? Ja So nah bist du rangekommen? Ja, genau Da hat der wahrscheinlich seine Hand erstmal in Sakrotan gebadet danach Ach nee Der ist doch so viren Andere Leute, die kennen den nicht so Oder die beschäftigen sich nicht so Und meinen, der hat sie nicht alle oder so Ja, also du hast ihm sogar die Hand gegeben Und bist heute nach wie vor nach all dem, was passiert ist Immer noch Fan Ja, genau Und was sagst du zu den Vorwürfen, dass er sich an Kindern eventuell vergangen hat? Also das glaube ich auf keinen Fall Also ich war mir von Anfang an eigentlich sicher, dass er unschuldig ist Weil ich mich auch mit dem Jungen beschäftigt habe Der den angezeigt hat Und Michael hatte ja auch alles bezahlt für ihn Also die Leute, die schätzen den ganz schlecht ein, finde ich Und das ist ein bisschen traurig Aber ist das nicht merkwürdig? Also ich bin irgendwann auch stutzig geworden Also ich dachte, Mensch, der schadet immer Kinder um sich herum Dass das schon sowas Pädophiles ist Nee, also Pädophil ist ja für mich, wenn man Kinder anfasst Oder irgendwie sexuelle Fantasien hat Aber bei Michael ist das so, dass er keine Kindheit hatte früher Und deswegen will er mit den Kindern seine Kindheit eigentlich nachholen Auf Neverland, also seine Ranch Ist eine wohlwollende Interpretation Das kann man so sehen Man kann das aber auch alles anders irgendwie deuten Ja gut, keiner war dabei, ne? Keiner war dabei Ist es so, dass es für dich so ein Idol ist Dass du sagst, ich bin sogar in diesem Typ Das sagen ja viele Leute, die die Idole haben In verknallt bist Ja, also verknallt kann man schon nicht mehr sagen Also verknallt ist ein Teenager Also mittlerweile bin ich 24 Und da müsste das eigentlich so ein bisschen nachlassen Aber bei mir wird das von Tag zu Tag schlimmer Und von Jahr zu Jahr Und mittlerweile ist das auch so schlimm Dass ich zu keinem Mann oder den ich kennenlerne Irgendwie eine Bindung aufbauen kann Weil du nur Michael Jackson im Kopf hast? Ja, genau Weil du am liebsten Da habe ich regelrecht ein schlechtes Gewissen Das heißt, wenn ich jetzt zum Typen sage Oder er wartet von mir Wenn ich mit ihm zusammen bin beispielsweise Erwartet er von mir, dass ich ihn auch zeige Dass ich ihn liebe Ja Glaubst du denn Aber ich kann das nicht Ja Da habe ich direkt ein schlechtes Gewissen Also das heißt, wenn du jetzt einen Mann küssen würdest Oder gar mit einem Mann schlafen würdest Hättest du ein schlechtes Gewissen Michael Jackson gegenüber Ja, genau Was ja, wie lindig gesagt, komplett absurd ist Ja Glaubst du eigentlich, dass Michael Jackson heterosexuell ist? Ja, doch schon Doch schon? Ja Also er hat ja auch schon Frauen gehabt Ja, hat er? Ja, hat er Das wissen auch die wenigsten Naja, das ist schon merkwürdig, dass er so wenige wissen Wie auch immer Lassen wir Michael Jackson in Ruhe Er ist sicherlich auch ein Opfer von vielen Dingen, die in seinem Leben passiert sind Und eine tragische Figur Er ist ein großartiger Künstler, ein großartiger Musiker Und das ganze Denkmal ist ja zusammengestürzt Er ist ja heute keine Größe mehr im Showgeschäft Ja, gut So, aber lass uns nicht Nee, lass uns nicht über Michael Jackson reden Lass uns über dich reden Ja Hammer ist das, was du mir gerade erzählt hast Hammer Ja Du bist völlig auf der falschen Fährte Ja Du machst dein Leben komplett kaputt durch eine Illusion Das ist ein Hirngespinst, was du da hast Du könntest dir auch eine Comicfigur ausdenken, in die du dich verknallt hast Dieser Mann ist absolut fern Und du wirst nie diesen Mann kriegen Und dieser Mann ist nicht real in deinem Leben Ja, mein Kopf sagt mir das ja auch Aber mein Herz, weiß ich nicht Ja, aber man kann Das Herz fällt nur auch nicht vom Himmel in einen rein Da kann man auch eine ganze Menge für tun Man kann sich in alle Dinge reinsteigern Und man kann auch gegen Dinge, denen man emotional ausgesetzt ist Gegen die kann man auch gegensteuern Das ist dann immer schwierig Aber man muss das natürlich auch erstmal wollen und tun Ich könnte mir vorstellen, dass du das gar nicht tust Wie viele Bilder hast du in der Wohnung hängen von Michael Jackson? Also das ist voll, ja So Erste, erste, erste Therapieakt Alle Bilder aus der Wohnung raus Und deswegen gehe ich nicht irgendwie zum Psychiater oder so Weil der dir das dann sagt Genau Also meine Familie hat mir das auch schon geraten Weil sie auch sagen, das ist nicht normal mit den ganzen Postkern und alles Aber ich kann das nicht Ich kann nicht die ganzen Poster und alles wegräumen Also da fehlt was in meinem Leben Ja, das ist aber vielleicht ganz gut, wenn dann endlich mal was fehlt Weil da ist ja nichts Es fehlt ja jetzt auch was in deinem Leben Ja Normal oder unnormal, das ist mir völlig wurscht Mir geht es jetzt um dein Leben und um dein Glück Du bist ja unglücklich so Ach ja, unglücklich nicht Also ich mache die Musik an und dann bin ich wieder glücklich Ja, aber es ist ein seltsames Also der hat mir auch schon in so vielen Situationen geholfen Das kann mir kein Mann geben Aber es ist ja ein bizarres Glück Es ist ja alles nur eine Illusion Und das heißt von wirklichen Menschen Oder von einer wirklichen, realen Liebe Hält er dich ab? Willst du so alt werden? Willst du auch mit 60 noch Michael Jackson Lieder singen? Also mit 60 will ich auf jeden Fall noch Fan sein, ja Ja, Fan ist ja okay Aber du verzichtest ja komplett auf dein Leben Der nimmt dich nie in den Arm Der streichelt dich nicht Von dem kriegst du kein Kind Mit dem kannst du keine Familie gründen Mit dem kannst du nicht in Urlaub fahren Mit dem kannst du nicht einen schönen Sonnenuntergang angucken Ja, das ist schon richtig Aber er gibt mir viele andere Dinge Was gibt er dir denn? Der hört mir zu zum Beispiel Ja, da kannst du dich auch von einem Baum setzen Der hört dir auch zu Ja, gut Ja Der hört dir nicht zu Der nicht Der sitzt irgendwo und macht sein Ding Der gibt mir aber auch schon alleine Kraft Wenn ich ihn auf Videos sehe oder so Ich weiß ja selber, dass das absurd ist Aber ich kann dagegen nichts machen Diana Der erste Schritt, um etwas zu machen Ist, dass man es auch machen will Und ich glaube, ich habe noch nicht den Eindruck, dass du das machen willst Weil du das für dich noch nicht einsiehst Oder noch nicht spürst Dass du da in eine Sackgasse geraten bist Und dich vom Leben isoliert Ja, ja Das ist meine Sorge Das ist wirklich meine Sorge Dass du vom Leben komplett isoliert wirst Durch diese Illusion Michael Jackson Mhm Von mir aus kannst du ja so ein schräges Hobby haben Ist ja ganz gegen einzuwenden Bis zu einem gewissen Punkt haben das ja ganz viele Leute Aber du darfst nicht zu kurz kommen dabei Und du kommst zu kurz Was machst du denn vom Beruf? Äh, ich bin gelernte Hotelfachfrau Habe ich ja auch extra wegen ihm gelernt Ich wollte eigentlich in Köln arbeiten Da, wo der auch immer absteigt Wenn er hier in Deutschland ist Ja Hat aber nicht geklappt Das hat bis jetzt noch nicht geklappt Nee Ja, was heißt bis jetzt, Diana? Selbst wenn du ihn vielleicht irgendwann nochmal sehen solltest Schmink es dir komplett ab Du wirst mit diesem Menschen keine Beziehung haben Ja, das Der hat hunderte, tausende von Menschen immer noch auf der Welt Die so denken wie du Das ist für den auch ganz Das weiß er Das wird ihm schmeicheln Aber das ist für ihn auch ganz Nee, ich glaube, dem wird das nicht so gefallen Sagen wir mal Es ist ihm vielleicht sogar völlig egal Nee, egal auf keinen Fall Das glaube ich nicht Er hat ja nichts davon Er hat nichts Positives und nichts Negatives davon Es sei denn, du kaufst deine CDs Da hat er was Positives davon Also wie auch immer Ich bin schon Aber ihm wird das auch nicht gefallen Wenn er wüsste, wie ich bin jetzt Vielleicht Mit Männern Ja, vielleicht, wirklich Wenn er jetzt hier säße Du sagst das sehr richtig Stimmt, du sagst das wirklich richtig Wenn er jetzt hier säße Und wir würden über Ich würde mit ihm über dich sprechen Könnte ich schwören Dass er sagen würde Das ist falsch, Diana Was du da machst Lebe du auch dein Leben So wie ich, Michael Jackson Auch mein Leben lebe Das würde der hundertprozentig sagen Das würde man sagen Das ist ja kein schlechter Mensch Der würde ja nicht sagen Ja, sei meine Meine Untertanin Und meine Sklavin Im Geiste Oder so Würde der nicht sagen Der würde sagen Mach dein Ding Ich freue mich, dass du ein Fan bist von mir Ich freue mich, dass du meine Musik hörst Aber Geh deinen eigenen Weg Mach dein eigenes Ding Das würde Michael Jackson zu dir sagen Und das Finde ich Ist das Hauptargument Diana Ja Das ist das Hauptargument Ja Wenn Wenn mein Herz sagt Dann sagt dir das Dann muss ich erst mal Klick machen Ja Aber wenn du so Versuchst Objektiv dein Leben zu betrachten Ist das schon Kein gutes Leben Die Isolation Ja, das schon So Ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt dazu Ja Und nochmal Denke dran Was er zu dir sagen würde Welchen Rat er dir gäbe Das ist, glaube ich Die beste Therapie Ja Alles Gute von Herzen Ich werde es auch suchen Danke, Domian Diana, alles Gute Wiederhören Dankeschön Tschüss Manu 27 Hinter Manu weiß ich nie Ist das nur eine Frau Oder ein Mann Ich bin weiblich Soweit ich das weiß Soweit du das vermutest Ja, genau Also laut Laut meiner Mutter Bin ich weiblich Manu ist bestimmt eine Abkürzung von Manuela Manuela Ja, genau Aber wir nennen dich Manu Ja, genau Ist mir am liebsten Weil selbst meine Oma Sagt Manu zu mir Also Okay Manu Um was geht es denn? Äh, ja Ich hab ein Kleines Problem Mhm Äh, einen Moment bitte Die 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 Wo ist sie Wo bist du da? Ich bin nämlich gerade in der Arbeit Achso Äh, ja Ähm Bei mir geht es drum Ich komme gebürtig aus Bayern Bin nach Nordrhein-Westfalen gegangen Mhm Zu meiner Tante gezogen Hab dann hier oben einen sehr netten Kerl kennengelernt Der mir dann auch Prompt Wie ich es erhofft hatte Zu dem Zeitpunkt Auch einen Heiratsantrag gemacht hat Mhm Und jetzt habe ich das Problem Bei mir stellt sich Heimweh ein Nach Bayern Ja Und ich werde dieses Jahr Definitiv wieder zurückgehen Weil ich muss sagen Nordrhein-Westfalen ist schön Aber Bayern ist meine Heimat Und Bayern bekommt mich auch wieder Also Ich kann nicht mein ganzes Leben hier verbringen Also Bayern ist sehr schön Muss ich dir zugeben Äh, kann das auch Sehr gut nachvollziehen Dass du Äh, woher kommst du denn in Bayern? Äh, Oberpfalz Oberpfalz Was sind denn da Also Richtung Regensburg Richtung Regensburg Das ist eigentlich das gängigste Was bekannt ist Ja, ja So, jetzt hast du aber deine Liebe hier Ja, genau Äh, wie eng ist jetzt die Die ist, das ist sehr eng, ne Wenn der Heiratsantrag ausgesprochen wurde Also die Liebe ist definitiv da Aber ich habe halt immer noch das Problem mit meinem Heimweh Weil es sich das irgendwie nicht kitten lässt Und auch nicht in Einklang bringen lässt Ist er denn beruflich Oder wie auch immer fest an Nordrhein-Westfalen gebunden Ja, und er wird hier auch nicht weggehen Er geht nicht weg Definitiv auf gar keinen Fall Oh, jetzt haben wir natürlich ein großes Problem Genau Aber Manu will definitiv in ihr Bayernland zurück Ja So ist es Und wir können dich nicht locken Vielleicht mit der Eifel Wo es auch schön ist Wo auch Bäume und Natur und so Keine Chance Keine Chance Es muss Bayern sein Ne, es hat ja auch viel Äh, meine Heimat hat ja auch viel mit dem Dialekt zu tun Und dann mit den Traditionen, die wir pflegen und alles Ja Und das ist hier oben einfach nicht machbar Ne, das ist hier nicht machbar Ne, das ist hier wirklich nicht machbar Da kann man sich anstrengen Ja, was macht man denn da? Ja, ich habe Er will definitiv hier bleiben und du da? Bitte? Ne, ich sage Wenn er hundertprozentig hier bleiben will Ja Und du hundertprozentig nach Bayern willst Gibt's keine Lösung Ne, es gibt Äh, halt nur den Knackpunkt Er bleibt hier und ich gehe Genau Ja, Fernbeziehung Ja, genau Also das Ende der Beziehung steht definitiv fest Was hier Ich habe jetzt nur das Problem Dadurch, dass die Gefühle ja da sind Und sich auch so schnell nicht ändern werden Habe ich das Problem Ich weiß nicht, wie ich ihm das erklären soll Weil in dem Sinne Ähm Dieses Traditionsverbundene Das ich jetzt habe Hat er nicht Ach, ihr habt da noch gar nicht groß drüber gesprochen Naja, es hieß halt am Anfang Ja, es ist die beste Lösung Und du kriegst ja da genau das, was du haben möchtest Ja Und äh Also es ist das Beste, was dir passieren kann Im Endeffekt Aber ist er denn Das muss ich jetzt nochmal fragen So versessen auf Nordrhein-Westfalen Wie du auf Bayern bist? Ne So, dann könnte man da vielleicht doch Irgendwas machen Was macht er denn beruflich? Äh, er ist am Flughafen Dortmund So, es gibt doch einen Flughafen auch in Bayern Um nicht zu sagen, mehrere Flughafen Ja, aber nicht da in der Nähe, wo ich hinziehe Ja, aber vielleicht in München, oder? Ja, aber München ist dann auch 250, äh, 300 Kilometer weg Welcher ist denn der nächste Flughafen von, von dir? Da unten Der nächste Flughafen von mir, lasse ich mal überlegen Ich glaube, das ist Nürnberg Und der ist auch, der ist auch über 100 Kilometer weg Na gut, der ist lieber 100 Kilometer als 400 Kilometer Also, wenn man täglich fahren kann Also, können schon, ja, aber Also, Manu, man kann sich ja eine Weile so eine Fernbeziehung laufen lassen Ja, aber Vielleicht, äh, erweicht er sich dann ja Also, ich würde gerne, wenn ich sein Freund wäre, mit dir nach Bayern gehen Ich finde Bayern wunderbar Äh, vielleicht sagt er das ja auch Dann denkt er sich, okay, dann suche ich mir da unten einen Job Und, äh, Manu ist glücklich Sie kann ihre Tradition pflegen Und ihre bayerische Sprache sprechen Und alles ist in Butter Nee, also, das wird definitiv nicht passieren Das weiß ich Also, er ist, er ist so versessen auf seinen Also, was heißt versessen? Er sagt halt, ihn bringt hier nichts weg Ach, die jungen Leute müssen doch beweglich sein Das ist doch nicht Er hat hier seine Familie Die wohnen hier alle um die Ecke Dann gibt's keine Lösung Er hat seine Wohnung So, dann gibt's aber Ja, dann gibt's Das ist alles super Dann gibt's keine Lösung Dann müsst ihr beide eine Fernbeziehung Ja, genau Ja, entweder eine Fernbeziehung oder gleich Schluss machen Jetzt ist das mal ein Problem Ich bin kein Typ für eine Fernbeziehung Doch, erst mal ausprobieren Es, äh, es gibt da Ich hatte, ich hatte schon mal sowas in die Richtung Und das ist so dermaßen in die Brüche gegangen Und nochmal versuchen Ist jetzt ein neuer Mann Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen Vielleicht wird sich ja aus dem Problem Auch noch irgendwie noch eine neue Lösung ergeben Jetzt ist die Sendung vorbei Deshalb wir müssen Schluss machen Ich rate erst mal zur Fernbeziehung Und dann mal gucken, wie alles weiterläuft Liebe Manu, alles Liebe, alles Gute Ebenso, danke schön So, ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns Ich wünsche euch ein schönes Wochenende Wir sehen uns wieder in der Danke schön Vielen Dank.